Wir sind heute Babys in Minecraft und wir müssen probieren, 24 Stunden auf einer Welt zu überleben, wo alle auch Babys sind. Schau bis hin und los geht's! Yo, was ist das denn? Ein viel cooles Fahrrad, Kaspar! Wieso bist du so klein? Ich weiß auch nicht, warum bist du so klein? Gute Frage, wieso ist alles so klein? Oh mein Gott, auch das Schwein, ne? Und sie auch? Ich seh grad, was ist denn das für eine Welt hier? Guck mal, der Panda! Hier sind wir, glaube ich, alle in so einer kleinen Welt oder so gelandet und ich glaube, wir müssen heute die Welt ein bisschen erforschen und dann können wir nämlich auch so neue, coole Fahrzeuge freischalten. Okay, okay, okay. Hey, runter da vom Fahrrad! Alter, wie hoch springst du? Guck mal, selbst die Tiere sind klein, ne? Guck mal hier die Kühe! Oh mein Gott, die haben aber trotzdem große Köpfe! Guck mal, klein, die ist! Okay, komm, lass mal weiter reingehen zum Haus da vorne. Ich glaube, davon ist nämlich jemand, der auf uns wartet und wir müssen auf jeden Fall mit dem reden. Alter! Nein! Yeah, bro! Was geht ab, yo? Alter, du bist ja voll der krasse Go-Kart-Dude! Ich pass da unterdurch! Hui! Ich pass da unterdurch! Ja! Ja, ein Einkaufswagen! Was? Ein Einkaufswagen! Aber mit dem kann man nicht springen, mit dem kann man nur fahren. Ah ja, okay, okay. Komm, wir gucken weiter, wir gucken weiter. Da vorne ist so ein Typ, mit dem wir reden können, glaube ich. Ja, da vorne ist der. Hier steht nämlich, hey. Was sagt der? Fahrrad selber craften! Mit den Sachen anscheinend. Guck mal, ich hab meins! Ich hab jetzt auch ein BMX. Brauch ich jetzt ein Fahrradhelm noch? Ähm, das Ding ist, warte, haben wir eine Crafting-Badge irgendwo? Nee, ne? Aber ich komm kurz. Ich lass mal zum Haus gehen, weil ich denke, es ist auf jeden Fall noch viel mehr, was wir machen können. Vielleicht gibt es auch noch so ein Mini-Helikopter und sowas, ne? Aber die Häuser sind ja ganz formal groß, ne? Also entweder sind wir extrem Mini-Klein oder die Häuser sind alle extrem groß. Ich glaube, wir sind einfach nur Mini-Klein. Alter, guck mal hier die Crafting-Badge. Ich glaub auch, dass wir Mini-Klein sind. Guck mal, was ich aber machen kann. Warte. Zeig mal. Oh! Ja, da passt so ein Trunk. Ey, Aua! Hör auf, okay. Komm her, Aia! Hör auf jetzt! Was ist da? Was soll das? Du bist da jetzt auch selber langsam, oder nicht? Oh, ich bin auf dem Klo. Nein, wo bist du? Zeig dich! Also, abspülen bitte, ne? Also, hier sind immer so Kisten in den Häusern. Wir können ja mal gucken, was wir da noch so finden. Ich bin immer noch langsam. Ja, das ist halt wie es ist. Du bist halt ein Miniatur-Baby. Du bist ein Miniatur-Baby. Guck mal, ob hier oben... Ach so. Hä? Was ist denn das? Das ist... Attrappe ist das, glaub ich. Das ist einfach nur eine Attrappe, nur noch oben gebaut. Okay, komm, wir gehen zurück, wir gehen zurück. Das sind ja hier nur Müllhäuser. Lass mal hier wirklich richtig einmal gucken, wo wir jetzt so Helikopter finden und sowas. Ja, wir wollen jetzt so kleine Mini-Helikopter, mit denen wir halt hier entkommen können. Aus dieser komischen Miniaturstadt. Also, wir gehen jetzt hier in das Haus hier rein. Ja. So, ich muss jetzt einmal kurz hier meinen Einkaufswahl noch abstellen. Boah, der hat sogar so ein krasser Drive, weiß ich gerade, aber da ist nix, also keine krasse... Ein Creeper! Oh mein Gott, ein Baby-Creeper, der ist so groß wie ich. Was? Komm mal raus hier. Ich lock ihn weg. Wo haben du Baby-Creeper? Na, komm schon. Guck ihn dir mal an, Alter, wie der aussieht. Er explodiert gleich. Ich muss hier... Los! Warte, ich komme raus. Und dann Zombies! Ich glaube es nicht, Digga. Ich komme raus, ich komme raus. Digga, wie der aussieht. Ja, hier vorn, ne, explodiert euch. Was? Guck ihn dir mal an. Der sieht echt voll witzig aus. Komm an hier, komm an hier. Hier, warte, ich komme. Glaubst du, der Explosionsradius von so einem kleinen Creeper ist jetzt genauso stark wie vom großen? Probier aus, probier aus, würde mich interessieren. Doch, würde mich interessieren. Wow, ja okay, der macht genauso viel Schaden wie ein großer. Genauso viel Schaden? Ja, safe. Guck mal hier. Wir haben jetzt hier beide einen Go-Kart, ne? Guck mal. Hier, mit Ketten und sowas. Hä, siehst du die sind nicht, die Zombies? Doch klar, die sind Baby-Zombies halt. Ganz viele. Baby-Skelett. Oh mein Gott, ich seh's grad. Hilfe. Aua, ich bin fast tot. Aber warum sind hier keine, äh, keine, keine Dinger, keine Kisten? Alter. Die ganzen Zombies. Das Skelett ist grad schon nervig. Oh Gott. Der schießt die ganze Zeit mit den Fallen auf mich. Oh Gott, der schießt mich auch ab. Aua, ich bin echt tot. Oh mein Gott, ich bin auch gleich tot. Alter, mich hat's aus der Leicht geholt. Ich hab noch drei Herzen. Los, hau' das doch, hau' das doch. Digga, du haust es ja nicht mal. Doch hab ich. Du bist ein blödes Skill. Ein Herz. Ich baue, ich baue was zu essen jetzt grad. Halbes Herz. Oh Gott. Aua. Warte, hier vorne. Oh, hier wurde vom Skeletter schossen. Ich auch. Wo bist du? Bist du auch hier? Ja, ja. Ja, bist du auch hier. Okay, kein Problem. Weil wir können jetzt nämlich da vorne zu dem anderen Haus gehen. Alter, du bist doch viel zu klein. Komm nach raus. Viel zu klein bis Boot. Komm nach raus. Aber ich kann hier, ich kann jetzt hier durchdüsen. Selbst die Schweine sind hier mega, mega klein. Warte mal, hier links, da waren wir noch gar nicht. Sowas ist da. Hier ist komplett so eine neue Stadt. Okay, warte mal. Hier ist eine riesen Garage. Ich geh jetzt mal in das Haus rein. Es muss ja irgendwo ein Haus sein mit so einem Helikopterlandeplatz auf dem Dach, oder? Na genau, mit einem Helikopterlandeplatz. Ich geh mal ganz kurz hier nach oben. Außer es ist wieder so eine Attrappe. Da ist ein Kisten. Bitte lass dir was Gutes tun sein. Wer jetzt? Nein. Was ist da? Guck, ein Skelett wieder. Digga. Digga. Hey, das hängt ja fest. Ich kann es nicht hauen. Wir müssen aber hier in einen anderen Gang reingehen. Das andere Haus kommt mit. So. Und zwar zum Nachbarhaus. Oh, was ist denn da unten? Habe ich gesehen, das Skelett. Guck mal, das Schaf. Was hast du denn gesehen? Oh Gott. Was ist denn hier? Achso, hier sind die Autos. Okay. Oh mein Gott, das Skelett ist hier. Oh, eine Spende. Ne, Baby. Babyspinne, wie sieht die denn aus? Was? Na komm mal her, mein Kleiner. Alter, dieses Skelett, ne? Haha, wie die aussieht, Digga. Ja, hier ist eine Kiste. Bitte lass was drin sein. Wie die aussieht. Ja. Na komm mal her, mein Kleiner. Ja, fütter mal der Spinne hier den Knochen, Alter. Geht das? Wie die aussieht. Oh mein Gott, ich hab sie auch hier gerade, die Babyspinne. Ja, die sieht eigentlich ganz süß aus, ne? Die sieht echt voll süß aus. Okay, hier ist, glaube ich. Also hier ist ein Gaming-Zimmer. Was? Also irgendwo muss ja ein Nachbar so einen Helikopter-Landepatz auf dem Dach haben. Ich glaube, wir müssen mal nach links gehen. Wir müssen, glaube ich, mal genau diagonal gegenüber, oder nicht? Ja, könnte gut sein. Ich bin jetzt gerade hinter dir. Der hier irgendwo was hat, das ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Alter, der wird bestimmt einen Helikopter, einen Mini-Helikopter haben, den wir brauchen. Oh, oh, warte mal. Das sieht schon aus für Landebahn aus, oder nicht? Oder das ist die normale Straße. Wolltest du nämlich gerade sagen? Ja. Die Straße ist doch viel zu groß. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Guck mal hier, Fußball-Spielfeld. Was? Guck mal. Haben wir auch einen Fußball? Das wäre richtig cool. Nee, haben wir nicht. Warum ist das schief? Warum ist das vorhin immer so groß? Ja, ja. Warte mal, da ist ein Riesenpalast. Oh, oh mein Gott, da ist das. Da ist locker der Helikopter-Landepatz. Safe, safe, safe. Das ist ja ein absolut Riesenpalast, Alter. Alter, wie groß ist das Haus? Das ist mein Haus übrigens, ne? Das ist ein Schloss. Das ist gar nicht dein Haus. Das habe ich mir gekauft, ich habe es dir nur noch nicht erzählt. Und wieder die Spinne. Das sieht krass aus hier, Alter. Was ist das? Was war da drin? Sag ich nicht. Was war da drin, Alter? Sag doch. Alter, was denn hier? Der ganze Pool, der Garten. Ich muss aufs Dach. Der hat locker einen Helikopter oben. Ich sehe auch die Treppe da. Oben auf dem Dach, ich weiß, der muss den Helikopter haben. Also wenn der kein Helikopter hat, ein Schloss und so was. Dann wundert mich das auch ganz stark. Creeper! Oh Gott. Was ist das? Was ist denn das? Alter! Das habe ich schon lange gespawnt. Guck mal hier. Oh Gott. Oh Gott. Was passiert hier gerade? Das kann nicht sein, dass du das geschafft hast. Wo ist der? Au! Wo ist der Helikopter jetzt, Mann? Das ist voll blöd. Warte mal, hier schwimmt das Ding, was du gespawnt hast. Au! Hier ist dieses kleine Ding, was du gespawnt hast. Creeper! Oh! Digga am Spawn. Juhu, ab geht's in den Urlaub, Kaspar. Endlich Urlaub! Ey, wir haben uns hier einfach eine eigene Insel gemietet. Was? Wieso sieht die so cool aus, sagt man? Die sind extrem cool aus. Alles macht einen Pool und ja! Wir haben einen eigenen Pool, sehe ich gerade. Das Coole ist auch noch, wir können ja so Federballen und alles mögliche spielen. Guck mal, jetzt auch Volleyball. Wir können hier mega viele Sachen machen. Au! Was war das denn? Ey, da war der Ball. Ui! Oh, egal, warte, ich schmeiß dir zu, ich schmeiß dir zu. Pass auf. Ich schmeiß dir zu. Oh, okay. Oh, nein. So, das Ding ist, heute können wir extrem viel machen. Wir haben auch hier so eigene Jetskis und sowas. Oder auch das hier. Ey, so ein Plüsch-Felikan. Ich will mit dem Jetski mal fahren. Das Jetski ist direkt hier. Aber es ist noch nicht alles. Wir können auf jeden Fall auch richtig viel machen. Das war auf jeden Fall ein richtig teurer Urlaub, ne? Ein 10.000 Euro Urlaub. Was? Das ist ja wie in den Malediven hier, sagt man. Komm mit, komm mit. Wir müssen das mal hier ein bisschen erforschen. Und zwar, guck mal hier. Das nenne ich mal All-Inclusive. Wir haben ein Schloss. Guck mal, hier können wir auch nochmal spielen. Richtiges Volleyball. Okay, komm, komm. Warte, warte. Und spiel rüber. Bist du bereit? Okay. Oh! Oh, das musst du nochmal machen. Und zack, in der Luft. Ja, nochmal, nochmal, nochmal. Oh! Und rüber hier. Ja, Alter. Der Punkt ging auf jeden Fall easy an mich. Oh! Hey! Zurück mit dem Ding. Mann! Und noch ein Punkt. 2-0. Okay, warte. Okay, ja, ja. Wow! Okay, das ist noch gut. Das Ding ist, wir können aber auch noch Fußball spielen, ne? Also, wir können auch noch Fußball spielen, wenn wir wollen. Oh! Das heißt, hier können wir schon mit dem Fuß zu kicken. Ey, aber ich muss sagen, so Ballsport ist ja alles schon gut. Aber weißt du, was wie cooler ist, wenn man ein Quad hat? Was? Wow! Ey, das Quad sieht ja richtig cool aus. Wo fährst du? Warte, ich hab auch einen Quad. Ich hab auch einen Quad. Stimmt, das ist doch echt, ich will ein Gelbes. Ich will das Gelbe. Neee, nee, 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 nee. Ey, das ist schon, das ist schon mega cool, ne? Das ist echt schon mega cool mit dem Ding. Ja, das ist mega, mega cool. Aber pass auf, komm mit ganz kurz. Und zwar haben wir nämlich die Möglichkeit, hier zu diesem Haus zu gehen. Weil das ist gerade zum Verkauf. Ist das unser Haus hier, wo wir einziehen können? Unser Hotelzimmer, oder was? Theoretisch ist das hier unser Hotelzimmer. Wir haben hier einen Fernseher. Boah, guck mal! Wo wir so Fischis so ein bisschen so coole Sachen machen. Wir haben richtig viel hierher. Gut, in den Kissen ist jetzt gerade nichts. Pizza! Guck mal, lecker Pizza! Stimmt! Hä? Oh mein Gott, hier ein ganzes Stück. Guck mal, ich hab ein Stück genommen. Wie, du hast ein Stück genommen? Ich hab ein Stück Pizza genommen hier aus dem Karton. Hä, wie hast du denn das gemacht? Ja, das kriegen nur die Profis, die auch Pizza verdienen. Okay, wollen wir mal in die Burg reingehen? Wollen wir in die Burg reingehen? Weil dann können wir nämlich heute mal... Willst du da schon rein? Ja, wir können auch eigentlich theoretisch in der Burg ein bisschen was erforschen. Ja gut, wenn du unbedingt willst, dann lass uns da mal reingehen. So, wir haben auch dahinten noch ein geheimes Haus, das wir uns später angucken werden, ne? Auf der rechten Seite. Das ist hier alles, sag mal. Das sieht auch mega krass aus. Oh mein Gott, der macht mir Eis. Wieso? Guck mal. Nein. Ich hab ein Eis. Ich will auch eins. Und Erdbeere, bitte. Ja, lecker. Ey, mega cool. Boah, das schmeckt auch gut. Hast du gerade Hunger oder was? Ich hab noch keinen Hunger gerade. Ich hab Hunger, du musst ja sprinten, dann geht das, dann kriegst du auch Hunger davon. So, was ist hier? Oh, hier können wir mit dem Auto auf fahren. Eine Kartstrecke. Eine Kartbahnstrecke. Oh mein Gott. Guck mal. Hier sind die Dingens. Oh, ein Motorrad. Taxi und sowas. Hä? Nee. Ich bin ein Taxifahrer. Mein Motorrad ist in den Brunnen gefallen. Warte, ich hol's raus. Ich hol's raus. Er geht nicht. Kann ich doch bei dir einsteigen? Ja, theoretisch schon. Dann können wir gleich mal damit eine Rundtum machen. Ich muss mal ganz kurz hier parken, ne? So, wir parken mal ganz kurz. Sogar so ein Golfkart hier. Ich weiß nicht, ob wir Golfkarts. Okay, wollen wir mal reingehen hier ins Hotel? Wir müssen aber auf die andere Seite dafür. Steigen Sie ein. Ehrlich? Können wir nicht hier hinten reingehen? Hier ist doch voll die große Öffnung, oder nicht? Hier gibt's doch Fahrräder und Skateboards. Okay, dann mal gucken. Ich will mal wissen, wie dein Hotelzimmer aussieht, ne? Ja, ich zeig dir mal. Ich hab natürlich die Luxussuite gebucht. Die Lobby ist auf jeden Fall echt cool. Nee, nee, wir sind schon eigentlich im Allland eingecheckt. Also alles entspannt, Björn. Oh mein Gott, hier kam was raus. Eine Kartoffel. Lecker. Aus dem Automaten. Ja, und zack. Ja, ich hab sie auch. Ey, das ist halt mega cool. Ich zeig dir jetzt mal mein Zimmer. Hier erstmal in den Fahrstuhl rein. Okay, dann lass den Fahrstuhl rein. Und wir wollen nach oben in die Premium Suite, so. Und noch weiter nach oben. Noch höher. Und jetzt sind wir ganz oben, ne? Oh mein Gott, das war die teuersten Zimmer. Sind wir ehrlich? Sind wir ganz oben? Bist du sicher? Oh, oh, mit Flachbildfernsehen. Ich weiss dir mal ganzes an. Oh, ne krasse Aussicht auf jeden Fall, ne? Mir gehört dir einfach alles, ne? Mir gehört dir alles, musst du dir vorstellen. Als ob die echt... So, frische Luft. Ich kann allerdings auch ein bisschen atmen. Ey, okay, okay, okay. Ja, ja, okay, okay. Alter, die ist auch ziemlich krass. Da ist sogar eine Rutsche, seh ich grad. Nee, wo ist es? Ich will rutschen. Wo ist ein Balkon? Wie cool ist das denn? Ey, au, ich hab zwei Herzen. Ehrlich? Oh nein. Guck mal, siehst du mich hier unten? Ich geh auf Sprungbett drauf. Hier, guck mal. Oh mein Gott. Was? Au. Was sollte das denn? Weil du nur zwei Herzen hattest. Warte mal, ich sprich auch mal ganz kurz. Das hat wehgetan. Ich seh dich da hinten. Okay, nicht schlecht. Alter, hier sind sogar Dinge. Hier sind sogar die Tiere drin, ne? Warte. Oh. Oh, nein, nein. Oh, ich bin fast aufgegangen. Ich hab nur drei Herzen. Also, jetzt hab ich ja mein Zimmer. Ja, nicht schlecht. Ich hab dein Zimmer gezeigt. Jetzt hab mal dein Zimmer. Ja, ich hab dir mein Zimmer gerade geholt. Ich komm mir leider die Luxussuite nicht leisten, weil der Rest schon vor dem Flug und so aufgegangen ist. Deswegen komm mal mit hier. Deswegen müsst ihr mit der Treppe nach oben wahrscheinlich, ne? Wir müssen hier links hoch und wir können uns einfach mal ganz kurz hier die neuen Sachen holen. Und zwar einmal ganz kurz hier einen Apfel. Oder was ist das? Ne, ne, Äpfel. Äpfel gibt's aus dem Automaten. Und wenn du willst, können wir auch noch hier. Genau, wir können auch so Bananen mitnehmen. Oder hier noch Karotten. Aber komm, mit mir hier nach oben. Und zwar müssen wir leider die Treppe nehmen. Oh, ne, ne? Ich lauf doch jetzt nicht. Tut mir leid. Ich hab nicht so viel Geld. Alter, ich lauf doch jetzt nicht. Sag mal. Äh, äh, äh. Okay, dann komm. Was soll das denn? Dann gehen wir mal noch um. Ich mach schon mal den Apfel. Apfel ist nämlich sehr lecker. Hier ist aber so eine normale Lobby. Oh ja, Pizza. Guck mal. Hier ist ein Geheimweg nach oben. Ich hab Pizza. Hä, ehrlich? Was ist denn das für ein Geheimweg? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo geht's hier? Aufs Dach, aber aufs Geheime. Hä? Lol, hier ist ein Helikopter. Wah? Oh mein Gott. Das ist die Dachterrasse. Was? Guck mal. Hä, mit dem können wir ja gleich fliegen. Na, mit dem können wir gleich fliegen. Und da hinten sind die anderen Häuser. Oh mein Gott, ich stehe lieber aus. Bevor hier dann was passiert. Ja, oha. Okay, zeig dir mal dein Zimmer erst mal. Warte, da hinten ist auch ein Leuchtturm, sehe ich gerade. Da lass auch noch gleich hin. Und Tennisplan. Okay, ja okay. Ich zeig dir erst mal kurz meine Bude und dann können wir gleich nochmal Tennis spielen. Wow, hier ist ein krasses Sprungbrett. Was? Du kannst von hier oben in den Pool reinspringen. Als ob. Ja man, da sollst du extra reinspringen. Das muss ich gleich machen. Okay, komm. Zeig mal dein Zimmer. Also meine Bude ist hier. Das ist das Zimmer 606. So, komm mal rein hier. Es ist ein bisschen kleiner. Hey, ich hab auch einen Balkon. Was willst du von mir? Guck mal, ich hab Raumfernseher. Also guck mal, ich mein's nicht böse, aber was zahlst du hier für das Schottzimmer? Äh, 300 Euro die Nacht. Was? So viel? Da hast du dich am Ohr dir abfucken lassen. Wir sind hier doch auf der privaten Insel. Wir können doch nochmal mit der Jagd fahren. Darf mal. Hey. War dein Zimmer. Ich find das total blöd. Das find ich richtig uncool. Ey, das Zimmer ist voll cool. Als Strafe, weil du so ein blödes Zimmer hast, musst du jetzt vom 200 Meter Brett springen. Vom 200 Meter Brett? Mhm. Als Strafe. Hier oben. Okay, warte. Ich springe in den Pool davon. Keine Sorge. Ich bin mal gespannt, dass du da auch reinkommst. Das ist halt schon ein Spielersprung. Und? Wow. Mein Gott. Ja, du hast es geschafft. Sehr gut. Hier sind Zombies drin. Hilfe. Oh nein, los. Du jetzt auch, Kaspar. Ich sammle dich ein mit dem Helikopter und dann kommen wir zum Tennisplatz. Nee, komm mal hier runter gesprungen. Ich will sehen, wie du springst. Nein, 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 nein. Wo bist du, Kaspar? Ich starte das Ding. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Crash. Nein. Oh. Mann, das hat ja toll funktioniert. Ey, Mann, hat das super funktioniert mit deinem blöden Helikopter. Nee. Boah, sind die schnell. Nee. Ich hab einen Kugelfisch gefunden. Ehrlich? Okay. Und einmal ganz kurz vorsichtig. So. Okay. Und jetzt kann man, guck mal hier, bei der Yacht, die kann man natürlich mal so pro Tag halt immer mieten. Hier hast du dann so Lagersachen. Hier kannst du halt so schlafen drin, ne? Genau. Doppelbett, ne? Spind und sowas. Krass. Darf es halt nämlich seekrank sein. Wenn du seekrank bist, dann ist das wahrscheinlich nicht so gut. Hier. Auf jeden Fall gemütlich. Und hier auch ordentlich Melon, sehe ich gerade. Ja, ja. Melon können wir übernehmen, damit wir schön essen können. Ui. Alter, richtig viel Melon sogar. Aber das Cool ist natürlich an Deck, ne? Weil man oben sich sonnen kann und so. Ein bisschen entspannen einfach. Ja, du kannst dich da richtig hinlegen. Du kannst richtig hinlegen, ne? Hier ist ne Lavalampe, guck mal. Wo ist ne Lavalampe? Boah, die sieht voll cool aus. Hier die ja. Oh. Die kann man an- und ausmachen. Wie den Fernseher. Alter. Und hier ist das Steuer... Backboard, Steuerboard. Oh mein Gott. Fährt die los jetzt? Okay, fahr los. Ich still hier. Gib Gummi. Ich gib Gummi, aber es passiert nichts, oder? Hier ist auch ein Getränk. Das muss ich mitnehmen. Ich kann sie mitnehmen gerade. So, dann lassen wir wieder ein Jetski nehmen. Lassen wir ein Jetski nehmen, weil wir können jetzt da vorne einmal zum Leuchtturm fahren. Weil da können wir nämlich Tennis spielen, Kasper. Wo bist du? Hä, beim Leuchtturm? Wo bist du? Achso, warte, ich komm zum Leuchtturm. Ich wollte eigentlich zum Tennisplatz, okay? Achso, ich hab nicht gesehen, den Tennisplatz. Mach doch jemand ein Lagerfeuer, guck mal. Stimmt, hier sind wohl noch andere Leute drauf. Hä? Hä? Okay, das ist natürlich... Sie haben einfach ihr Feuer hier aufentspannt. Okay, auch nicht schlecht. Okay, lass mal zum Leuchtturm gehen. Ich glaube, im Leuchtturm sind nämlich extrem coole Sachen drin. Oh mein Gott, was glaubst du ist da? Oh, ich glaube... Hier ist der Eingang im Fall. Kann man sich auch buchen? Alter, was ist denn... Au! Was ist denn das hier, Alter? Neben dem Leuchtturm. Sag mal, das ist noch das zweite Resort. Charlie, Charlie Resort heißt das. Das ist das Charlie Resort, ja? Das ist extra für Kinder und sowas. Okay, aber ich würde sagen, erst mal safe. Erst mal würde ich sagen, ab in den Leuchtturm rein. Hä? Hä? Wenn das so cool eingerichtet ist, aber guck dir das mal an. Aber es ist null cool eingerichtet. Das ist ja kompletter Müll, dieser Leuchtturm. Das ist komplett Müll, man hat oben halt nur die Lampe, ne? Das hier ist ja wirklich nur ein Leuchtturm. Also der Leuchtturm. Ich glaube, du hast es verwechselt, Kasper. Oh mein Gott. Du hast Verbot. Ihr dürft ein Hallo. Du hast Verbot. Du bist zu alt dafür. Ey, ich bin nicht zu alt. Du bist zu alt. Du musst nach Hause. Ich kann auch ein Eis bebringen. Alter, sieht schon cool aus hier, ne? Die Pizza hier sogar hier. Und nur Pizza. Ey, auf wem? Oh. Ich hab auch Pizza. Ja, klar. Was wollen Sie bitte für die Pizza? Pizza, lecker. Ich bin Pizza, Mann. Ich bin die Pizza. Okay, warte. Ich komm mal ganz kurz. Hier hat man auch immer dieses... Oh mein Gott. Was ist das? Das sind Tandems? Ne, das sind normale Fahrräder. Alter. Warte mal. Ich komm auch. So. Yo, was ist hier alles? Alter, was? Alter, das macht voll Spaß. Hä? Die haben ja mega viel. Du kannst sogar auf Safari gehen. Ein Polizeiboot. Oh mein Gott. Was? Lass mal ein bisschen entdecken. Lass mal ein Auto nehmen, dann sind wir schneller. Und dann fahren wir hier mal ein bisschen über die Insel rüber, okay? Ja, ja, genau. Ich nehm das Pizza-Mobil. Wir müssen Pizza ausliefern, schnell. Okay, du bist... Ich nehm den Bus. Ich nehm den Bus, nehm ich einfach. Okay, nehm du den Bus. Okay, los geht's. Dann können wir jetzt hier mal ein bisschen alles so abchecken. So. Alter, ich seh die Straße gar nicht. Ich auch nicht. Was kommt denn da hinten noch? Ich fahr hier ganz lange geradeaus. Wo bist du denn? Wo bist du langgefahren? Einfach geradeaus. aus dem Dorf. Hier ist ein Dorf. Ne, was ist das denn? Wo geradeaus aus dem Dorf? Privatflugzeug. Wo bist du? Ein Lamborghini. Warte, ich komme. Ich komme, ich bin auf dem Skateboard. Einfach diesen langen Weg da lang. Diesen langen Weg danach. Nee. Ja, kommst du da oben? Achso, warte. Da, ja, da bist du. Ich bin am Skaten. Ich bin am Skaten. Wuhu. Alter. Oh mein Gott, das sieht ja richtig crazy aus. Hä? Hier ist einfach eine Landebahn für ein Privatjet. Alter, was? Komm, wir fliegen ne Runde. Komm, wir fliegen ne Runde. Oha. Passagiere bitte an Bord gehen. Okay. Bist du bereit? Warte, ich will nach hinten. Ich will nach hinten. So. Erst noch mal kurz was. Geht nicht. Ich kann nicht hinsitzen. Verdammt. Okay, mal gucken. Oh mein Gott. Es geht los. Und. Oh. Kasper. Alter, wir sind im Flugzeug drin. Wohin? 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 Äh, da hinten ist, glaube ich, nichts. Nee, da ist nichts drin. Nee, da ist nichts. Wir drehen hier. Wir drehen hier zurück zum Resort. Hier ist ein krasses Dorf. Da ist ein krasses Dorf. Oh Gott. Nee, das brauchen wir nicht. Wir gehen zurück zum Main Resort. Wir gucken mal, was wir jetzt noch gefordert haben. Was machst du? Oh, ich hab ein halbes Herz. Da war noch ein anderes Flugzeug. Ich wurde rausgeschnitten. Schiffbrüchig. Schiffbrüchig. Oder Flugzeugbrüchig. Ich nehme mal ganz kurz das andere Flugzeug. Dann lass mal kurz dahin fliegen. Wo bist du? Du siehst das schwarze Flugzeug in dem Baum. In dem Baumbrot. Wow. Okay, ich komme. Und ja. Okay, ich muss das verlaufen. Flugfliegen, ein Ein-Personen-Flugzeug. Wie komme ich jetzt da oben zu meinem anderen? Warte mal. Vielleicht mal ein bisschen Öl verlettern. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Nein. Ich hänge auch dort. Ich habe es wieder. Ich habe es wieder gleich. Hast du es? Bist du drin? Und hier noch rauf. Klau mir das nicht. Ja, ich habe es. Ich bin auch drin. Okay, das ist das andere auf dem Dach. Okay, lass mal da vorne hin. Gehe zu dem geheimen Haus. Das ist echt richtig cool aus. Oh ja, da hinten. Jetzt unten. Achtung, einmal kurz vor. Oh mein Gott, ich bin rausgefallen. Nein, 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 ich fliege weiter. Ich bin rausgefallen. Pass auf da mit dem Helikopter. Ich komme. Pass bloß auf. Ich komme, Kaspar. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich bin auf dem Weg mit dem Helikopter. Ich sehe dich noch nicht. Er wackelt ein bisschen. So, siehst du mich? Oh mein Gott, da bist du. Ich hänge fest. Wow, au, sag mal. Hör doch mal auf, Hamel. Tut mir leid. Ich bin nicht lustig. Mit Dappalum 50 kmh fahren sehe ich gerade. Hier ist das Flugzeug gelandet. Guck mal. Oh mein Gott. Und hier ist auch noch ein Haus zu verkaufen. Das ist doch voll klein, Alter. Das ist ja extrem klein. Will ich Haus. Das ist für die Arbeiter, glaube ich, die hier arbeiten. Ja, ich glaube auch. Okay, lass mal zu einem geheimen Haus gehen. Warte mal. Hier ist nicht nur ein Geheimhaus. Hier ist auch eine geheime Höhle. Was? Aber ich glaube, hier wird gerade gebaut. Ja, okay. Die ist abgeschmissen. Ich glaube, die wollen hier so ein Unterwasser-Resort, glaube ich, machen. Oder so einen riesigen Schwimmpark. Könnte auch sein, ja. Okay, was ist hier? Hier sind noch Kartoffeln. Hier brauche ich. Ich brauche auch gerade Essen. Hey, Bro, setz dich zu mir. Schöne Packung Chips. Ein paar Kartoffelchips. Lecker. Warte, ich brauche noch ein bisschen. Komm rein, hier Kollege. Hier bin ich. Alter. Komm, Alter. Mama Mia. Wir gucken noch mal, was oben ist. Hier oben. Ja, was haben wir hier oben drin? Oh, Spinde. Ein Abzeichen. Mein Gott, hier ist gar nichts. Glaubst du, ich schaffe den Sprung von hier ins Wasser? Oh mein Gott. Schaffst du nicht. Aus dem Hotelzimmer raus. Schaffst du nicht. Wie mache ich den Zaun hinauf? Der geht nicht auf, der Zaun. Das Ding ist, das coole ist jetzt auch noch, wir können dann noch das Flugzeug nutzen. Und damit können wir jetzt nämlich nach Hause fliegen. Oh, nein, ich will doch nicht. Ich bleibe hier. Du riechst nach Hause, alles gut. Hä, das Resort ist doch mega krass. Dann fliege ich halt zum Hotel. Okay, mach's gut. Okay, dann mach das, mach das. Alter, ich muss schon sagen, hier lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Auf jeden Fall. Das ist extrem cool. Urlaub. Das war es auf jeden Fall gewesen, meine Freunde. Wenn ihr von der Messe möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt hier das Video aus, Leute. Einfach draufklicken. Auf drei bis morgen. Ciao, ciao.